hallo und herzlich willkommen freunde zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin spec manik am start und ich hoffe ihr habt alle einen guten start ins wochenende gehabt ja ich freue mich natürlich euch begrüßen zu können seid auf jeden fall alle fleißig immer am start und ladet eure familie oder freunde ein auf meinem kanal dann können wir auch zusammen eine große community aufbauen würde mich natürlich sehr freuen wenn wir das schaffen können heute bin ich mal sehr früh mit einem live stream am start für euch und jetzt generell auch mit dem video freut mich sehr ich bin natürlich jetzt wieder back und hoffe ich kann euch beglücken und spielspaß bieten ja freunde wenn ihr natürlich auch mal irgendwie psn gut haben oder paysafe karten gewinnen wollt dann seid fleißig schickt mir screenshots von euren support bildern von einem creator code den ihr in eurem shop eingetragen habt oder wie ihr vielleicht meine videos an irgendwelche leute rum schickt das würde mich natürlich sehr sehr freuen da würde ich natürlich auch bei sehr viel fleiß mal eine psn karte rausrücken an den ein oder anderen fleißigen kerl da draußen viele leute können das bezeugen von meinen abonnenten ihr könnt gerne mal unter die videos schreiben stimmt das oder so dann können das natürlich abonnenten bezeugen weil ich bin ehrenmann wenn ihr ehrenmann seid bin ich zu euch ehrenmann zurück und ja ich habe noch eine ps plus karte für einen monat die ist noch schön gültig wenn die jemand haben möchte schreibt einfach unter dem video dem fleißigsten gebe ich sie natürlich und ja ihr seht hier gerade im hintergrund ist ein clash royal am laufen habe ich mir gedacht nehme ich mal wieder eine fleißige folge ohne sound auf damit ihr auch was zu gucken habt wenn ich rede und ich hoffe ihr seht natürlich heute alle fleißig im live stream am start ich versuche so lang wie möglich zu streamen so viel wie ich lust habe natürlich umso mehr zuschauer da sind umso länger stream ich natürlich auch hier sieht man gerade im hintergrund ich habe den ersten punkt im duo touchdown gemacht im turnier der modus ist ja auch mega fresh am start momentan in clash royal ich zerfetzt da momentan alles ja also wenn ihr irgendwelche fragen habt oder irgendwelche fragen an mich habt da oben sieht man gerade neuer abonnent will nicht und größter ehrenmann grüße geht raus an dich also wenn ihr mal irgendwelche video wünsche oder sonst irgendwelche fragen habe ich habe schreibt sie natürlich gerne unter dem video ich werde sie auf jeden fall alle beantworten oder werde mich auch um eure video wünsche kümmern ich würde mich sehr freuen wenn wirklich mal leute hier die eier dazu haben und unter dem video schreiben hey dreh doch mal das oder dreh doch mal dies das würde mich mega freuen weil dann sehe ich wie schön meine community ist und wie die sich um mich kümmern also so kann ich eure sachen auch mal in erfüllung bringen ich habe das schon mal gemacht aber da kam nicht so viel bei rum beziehungsweise kam nicht so viel bei raus weil ich nicht wusste beziehungsweise nicht viele leute haben video wünsche drunter geschrieben nur so clash royale oder rollstars übrigens ein rollstars video wollte ich jetzt bald auch raushauen und ja ich würde sagen supportet mich alle fleißig leute tragt meinen creator code ein schickt mir ein screenshot oder irgendein video wie ihr euch was am kaufen seid und ihr werdet auf jeden fall dafür fleißig belohnt seit heute mittag im live stream am start seid generell immer fleißig da kann ich mal sagen meine community ist die heftigste ich würde gerne langsam auf meine 1000 abonnenten zukommen das kann ich leider nur mit euch machen seid auf jeden fall am start heute mittag ich wünsche euch schon mal jetzt einen angenehmen tag und wir sehen uns später wieder im live stream ciao